Also, dann heute noch mal eine schnelle Runde durch den Hades. Was nehmen wir mit? Ich glaube, ich nehme ein Speer mal mit. Wir brauchen noch ein paar Schlüssel. Wir brauchen noch ein bisschen Darkness. Aber wir brauchen noch einiges an Schlüsseln, um das nächste Skillset freizuschalten. Wir brauchen noch ein paar Schlüssel aus. Wir brauchen noch ein paar Schlüssel. Jetzt mal ein bisschen Gesundheit scheffeln. Ah, Tempstons. Okay. Wo ist denn der Rest? Ah da unten. Zwar ungewollt, aber was hat die weggesprengt? Moment. Ja hat sich zwar kaum gelohnt, aber anders geht die Tür nicht auf. Okay. Chiron's shop. I can use this. Oh, das da ist immer was anderes, sonst findet immer dieses Anyone else Need a hunting pot, Ms. Agrius Not that I'm able to join you myself down there or even hear you respond for that matter, but anyway, here Endlich kriegen wir einen Schlüssel, wir brauchen ja glaube ich noch, wollen ja glaube ich 30 insgesamt für das nächste Skillzett Wir fixen hier ganz viel ab hier So Das war's. Das war's. Ich dachte, ich könnte vielleicht zwei abgreifen. Das war's. Das war's. Nah. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. 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 Ich werde dich wiedersehen. Okay, Endstockwerk hoch. Na kaufen werde ich alles können. Na doch. Self-Essence. I see you, Tartarus. Be there soon, Bone Hydra. Das mache ich schon halt wieder nur. Ich stehe wieder andauernd. Im, ähm... Da komme ich zu... Ja, ähm... Ach, wie heißt der nochmal? Hammers, ne? Ja. Ja. Eurydice. I don't like the rain being out here. I like the. Freshly made. Cheers. Bye, hon. More bloodless? Na, ich wollte schon sagen, kommt er wieder? So, wo sind deine Kumpels? Duh! Oh! Just in time. Good enough to eat. Easy does it time for another voyage for the barge of death. Okay. 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 So. Ja, komm schon. Geht's dir von den Featuren, Mensch. Ja, das ist wieder so eine Sache. Ich hätte gerne die Darkness, ich würde dann auch einen Schlüssel haben. Ja, das ist wieder so eine Sache. Ich müsste irgendwann mal ein bisschen Health-Shift nehmen. Ja, das sieht jetzt so gut aus. Ich kassiere jetzt so viel Schaden halt. Vielleicht habe ich Glück, ich kann noch mal einen dazukaufen. Aber es gab wenigstens zwei Schlüssel für. Ja. Ja. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Na, er lässt das nicht mehr reden. Okay. 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 Got you. Okay. What? King Theseus is eager to see you again soon. Next region. Everything's so green. Okay. 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 Let's go. Okay. 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 Oh, that's the one. Okay. Oh, that's the one. 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 Oh. Geht's aber. Oh, shit. Oh, shit. und Oh, that hurt. Why not? It feels unseemly to make contact from that most unpleasant boatman's stash of ill-gotten wares. Nonetheless, this was an opportunity. Something's off. Death is inevitable. Let's get this done. Don't be too reckless, grab me. Don't be as reckless as I want. Rest in peace. Dead. Nothing past you. Come. You. Come up, mince. Das war's. Das war's. Ich glaube, ich verliere da mehr als ich gewinne. Das war nur mal 19 übrig. Hätte ich lassen sollen. Ich bin jetzt irgendwie schon... Ja, irgendwie bin ich mit dem Speer nicht so... Sechste Runde nochmal das Schwert. Der Schild... Kann ich eigentlich auch nochmal ganz kurz recht... Oh, das ist es. Das war's. 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 Not finished yet. Scheiße. Ich meine Leben ist immer selber gefahren. Genau das. Und wieder von vorne. Wo ist denn los? Und Achilles. So help me, boy, I cannot fathom why you would have bought back the authority to enter the administrative chamber once again. I knew you thought I'd never do it under any circumstances, father. That seemed reason enough. Though fear not, I have no plans to reapply for a position there. That does alleviate a deeply rooted fear of mine, in fact. The scene you caused in your brief time there yet remains a widely talked about event among the shades who toil for me still. I'll be sure to say hello. No. 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 mit Wartoff-Wartschlüsse Ich nehme ein wenig Angst vor, in den Messen zu machen, ja Ich sehe, dass du es bis zum Hallowed Elysium gemacht hast, ein sehr wichtiger Weg nach der Erde zu fliegen. Und wenn du da eine Minute zu kommen, sicherlich hast du es, was es braucht, um es wieder zu machen. Und überfass dich die Gefahr, die da in der Mitte warten. Aber wenigstens hat keiner vertrauen in uns, ne? Bis zum nächsten Mal. Gibt es Schlüsse, da gibt es Darkness. Mir fehlen noch so viele Schlüssel. Mir fehlen noch. Guds grant me strength. Extra blessing. Und dann kommt er. Ich bin glaube ich mit der Stirn in die Keule reingelaufen. Ich bin glaube ich mit der Stirn in die Keule. Okay, gehen wir zum Schlüssel. 15 Schlüssel. Ich kriege auch eine zusammen, aber wir brauchen so viel wie es geht. Hmm. Okay. 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 Okay, ready lads? That's what you get. Ah, you've received the blessing from Athena there already, little Hades. So careful all the time, that one. But here, l'll help you live a little, just in case. Athena won't mind. Here's another entrance, right? Okay. Let's go. 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 Here we are. Yeah, but so'n... So'n Kampf für nur 10. Immer so'n bisschen enttäuschen. You can catch my breath. Reibst dich hier auf und dann kriegst du nur 10 raus. So, ich kann da nicht drüber dashen, okay. Oh, that's better. It's not that much. Okay. Jenny, die. Okay, so'n there. You're still going, okay? Let's go. Okay, so'n there. Mm-hmm, okay, so'n there. I got to go. You're gonna be a good room. He's got to go. Okay, so'n there. Where now? Chiron's show. Vielen Dank. Ich kann nicht effektiv mit Charon aus Olympus kommunizieren, aber er ist verwendet zu bestimmten Trades und sieht nicht von deinem Vaterinfluenz. Puh! Ein Schild der Lichter. Ich hoffe, es ist Meg wieder. Ich wusste es. Irgendwie wollen ihre Schwester nicht mehr so, ne? Hat er so die ganze Zeit mal gewechselt? Ich würde mich nicht mehr so, wie es das passiert ist. Ich bin ein Schilder, das ist nicht mehr so, wie sie es hat. Ach, das ist ein Schilder. Auf der Bauch ist Besuch. Got you. So, gibt es hier noch irgendwo so einen goldenen Krug? Ne, gibt es nicht. So, up we go then. So, up we go then. Hot up here. So, up we go. 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 Ich sage dir was, die nächsten Mal, wenn du ihn anschliessst, fragst du ihn über die Zeit, dass er all diesen Weg gekommen ist, um mich zu retten zu retten zu retten, obwohl ich bereits tot war. Kannst du mir vorstellen, wie das geschaut hat? Um, ja, ich glaube, dass ich kann. Schau, ich wollte dich nicht aufschrauben. Ja, also hat er auch nicht. Aber du wißt du was? Aktions verletzten die Intention, son. Jetzt hier. Wie geht es dir? Und du kannst dich auf dem Weg sein. Oh Mann. Was? Ey. Geh doch jetzt endlich hoch. Geh doch jetzt endlich hoch. Scheiße, ey. Scheiße. Oh, Mann. Was ist das? Oh, der wird jetzt nicht mehr. Wir haben ja mal schön die ganze Held ausgebrannt. Das war's für dich. Bosse, es sagt, you're rather slow. If only somebody could help you out with that. Ha! Fancy that. What a coincidence. Moving right along. Geruch. Immer. Interessiert mir das aber. Möft in die Lava rein, dann krieg's nicht mehr raus. Just what I need. Oh, er spricht mit. Hey Charon, I'm an Asphodel now, aren't I? I'd always heard, this was some flower-covered Meadow-type place, not such a terrifying hellscape. Couldn't agree more, mate. Ja, wenn das einfach zum Kerzenlicht steht, sieht mir das genau, ob das Gold ist oder so. Dass so golden leuchtend wird. Deswegen die Sicherheit mal zerschlagen, um zu gucken, ob Kohle drin ist. Ja, ich glaube das. Wir haben nicht schön, aber ich glaube das, ich kenne sie durch. Ich kenne sie durch. Sieh, ich weiß. Ich kann sie durch, wie gut die Lava rein, dann rein, wenn ich zurückk fitze. Ich kann sie durch die Lava rein und in die Lava rein, dann kommt nicht das her. Ich kann sie durch. Ich kann meine Schmaufte. Sieh! Die Lava rein, ich kann sie durch. Die Lava rein. Das ist eine große Schmaufte. Ich kann sie sich, dass was nicht vor. Die nova! Sieh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mehr Drakens Mehr Drakens Vielleicht habe ich Glück und es erhöht nicht nur die Gesundheit, sondern, ähm... Lädd auch ein bisschen hoch I will keep coming back, just like your stupid heads So, jetzt kommen wir raus Not now So, jetzt kommen wir raus Ah, shit, da bin ich doch mal weg Ich kriege vielleicht mal mit meinen letzten Hupen hier hin, ohne hier, äh... Die Feinds zu verspenden Ja, den gefallen würde mal leider nicht tun Ah, shit Shit, 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 shit Könnte ich Geld, könnte ich jetzt, äh... Oh, that's cold Onward Champions of Elysium, I've returned Kursjami Dammit, once come back Habe ich auf einen halt aufgepasst, der hat sich... Oh, shit, hast du regeneriert oder was? Oh, ich hab da drin Oh, ich hab da noch nie Okay. Okay. Delicious. Juicy. Thanatos. I have returned. I can't stay long, so how about we get this business over with? I'll make this quick. That was my plan. You're all coming with me. I'm on Juicy. Juicy. I'm on 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 Juicy. Oh no Power of the Gods Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich verstehe. Battling meine Bräder. In dem Namen von Glory. Ist das das? Ich gehe nach der Grund. Doch deine Bräder sind mir schlägt. Für Glory oder auf meinem Vater's behest. Dein Vater? Ah, das stimmt. Aber du bist der Prinz, nicht du? Du musst dann sehen, wie dein Geist ist. Du bist nicht besser als uns hier. Jetzt geht's. Danke, Herr. Danke, Herr. Great shields. Danke, Herr. Danke. Danke. Vielen Dank. Hehehe. Okay. Ah. Das ist das, die Racken noch mal nach. Oh, no. Okay. Yeah. Okay. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. I'll pay for that. I'll pay for the main event. We're well equipped to deal with you, Short One. Though I know better than to disregard your might. Speak for yourself, Asterius. I, for one, know only pure contempt for this foul demon and his underhanded fighting style. A style we shall easily dismantle now. Now, are you prepared to be sent screaming back to the head of darkness? Come on, yeah, Daemon! Not yet. I can't do it. 17 Ja fangt Aufgepasst Ja fangt Ja fangt Ja fangt Ja itu Syangan Uuuuuh, hat er mich doch erwischt. Hat er mich doch erwischt. Schade, schade. Ja, er hat mit seinem scheiß Autogramm. Er hat mich doch erwischt. Prinz, Achilles. Ich bin Angst, dass dein Vater etwas angriert ist mit dir. Er denkt, dass du gegen ihn erinnert hast. Ich will nichts passieren. Er ist richtig, Mann. Ich habe ihn erinnert. Aber als für dich nicht, dass du nichts passieren kannst... Ich weiß, was du hast. Ich will nicht, dass du solche Dinge wieder sagst. Entstehst du? Du machst das, weil etwas hier hier muss passieren. Halt deine Angst. Ich... Angst für die Wege. Ich fühle dich. 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 Ich habe das schon gesehen. Natürlich. Du denkst, dass sie sich mit dir geschehen hat? Keine Person hat. Das ist wie eine Aufgabe. Das ist ja schwer. Ich fühle dich. Ich fühle dich. Das ist die Worte. Das ist auch sehr, sehr wütend. Ich fühle dich. Das ist doch schön. Ich fühle dich. Ich fühle dich. Vielen Dank.